Mit dem Trainer. Erzähl mal ein bisschen was zum... Ja, wir fahren jetzt nach Brakel. Da wartet eine Mischung aus Herren, Damen und Jugendmannschaft auf uns. Und die werden wir halt, so wie alle unsere anderen Gegner bisher, mal locker nach Hause schicken. Wie viele Spieler seid ihr? Ausreichend. Ich mache jetzt hier, so wie lange. Genau. Ich bin gerade noch 5,5 Grad und 12,5 Grad. Jetzt ist es mir da, so viele Leute nachher. Also etwas mehr 임. Ich bin gerade noch nicht fertig. Ich bin gerade noch nicht mehr. Ich bin gerade noch nicht mehr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, hohe Vorlagen! 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 Untertitelung des ZDF, 2020